Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr knapp 20.000 US-Dollar. Wir haben wieder einen kleineren Abverkauf über Nacht gesehen. Momentan hält unser kleiner Abtrend noch. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es erstmal ein bisschen nach Downside aussieht, bevor wir dann die höheren Preisziele angreifen könnten. Gut war auf jeden Fall, dass wir diesen Preis-Drop, ich sag jetzt mal einen kleinen Rücksetzer, auch am Montag, wirklich am Montag hatten, weil Montag wie immer so ein kleiner False-Move-Monday kommen kann, dass wir wirklich am Montag einen False-Move nach unten hin sehen und dann wirklich am Dienstag, also am heutigen Dienstag wirklich dann so ein kleines Reversal nach oben hin bekommen. Bevor wir jetzt starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt und wenn ihr noch mehr Bock habt, klickt auf die Glocke, dann kriegt ihr nämlich auch immer eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video rauskommt. Ja, würde sagen, wir starten direkt durch. 20.000 US-Dollar, wie gesagt, wir sind hier in diese kleine grüne Kaufzone reingekommen. Wie gesagt, wir haben auch noch diesen kleinen gelben Trend hier, also unseren Abtrend, der auf jeden Fall noch intakt ist. Auch hier haben wir, wir haben ja gestern schon darüber gesprochen, dass wir vor allem bei Altcoins mögliches Ascending Triangle haben. Bei Bitcoin ist es meines Erachtens nicht wirklich so ausgeprägt. Also klar, wir haben einen aufsteigenden, ich sag jetzt mal Trend, den wir hier haben, sehen wir durch die gelbe Linie, aber ob das jetzt das mustergültige Ascending Triangle ist, wage ich ganz ehrlich zu bezweifeln. Abverkauf hat mit sehr, sehr wenig Volumen stattgefunden. Wir sind im RSI im überverkauften Bereich. Auch hier ist noch der Downtrend, den gilt es jetzt auf jeden Fall erst einmal zu brechen im RSI. Brechen wir diesen, könnten wir wirklich am heutigen Dienstag einen Reversal sehen, beziehungsweise Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist dann wiederum Fett. Zinserhöhungen, die dann wieder auf die Märkte drücken könnte, also Dienstag, Mittwoch, könnten jetzt erst einmal bullische Tage werden. Was spricht dafür? Wie gesagt, der RSI, das geringe Volumen, mit dem wir jetzt diesen Abverkauf hatten, könnte jetzt dafür sprechen, dass wir am heutigen Tag wirklich nochmal einen Drop, einen Pump kriegen, wirklich in Richtung der 22.000 bis 23.000 US-Dollar. Und dann haben wir ja gestern schon darüber gesprochen, die 23.100 US-Dollar sind die entscheidende Marke. Werden wir hier deutlich, deutlich zurückgewiesen, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher, dass wir auf jeden Fall in Richtung 17.500 US-Dollar nochmal gehen. Brechen wir natürlich vorher schon diesen Trend mit einer Daily Candle noch am besten, dann werden wir wahrscheinlich viel, viel früher die 17.500 US-Dollar nochmal sehen. Viele Impulse gibt es momentan einfach nicht im Markt, die wirklich bearish sind, die aber auch nicht wirklich bullish sind und müssen gucken oder das zusehen, was wir kriegen im Endeffekt. Was aber noch einigermaßen interessant ist, was ich gestern noch gefunden habe, dafür gehen wir jetzt mal ganz kurz in den Daily Chart und zoomen mal etwas zurück und zwar in das Jahr 2019. Nehmen uns dann nochmal das Balkenmuster, heißt hiermit holen wir uns die Fractals und dann ziehen wir uns das einfach mal zum heutigen Tag beziehungsweise zu der heutigen oder momentanen Range einfach mal und sehen einfach mal, ob wir hier Parallelen möglicherweise sehen. So, jetzt zoomen wir das nochmal ein bisschen ran. Ich habe es nicht vorbereitet, ganz ehrlich, das war jetzt spontan, weil ich es auch erst gestern gesehen habe. Und jetzt legen wir dieses Fractal einfach mal drüber, müssen natürlich noch ein bisschen hier rumwischen. So. Und dann seht ihr schon, wir sehen hier eindeutig Parallelen. Wenn wir das jetzt hier drüber legen, wir haben hier drüben den Abverkauf, je nachdem, wir müssen nochmal ein bisschen korrigieren. So. Und so, jetzt passt es einigermaßen. Wir sehen hier auf jeden Fall Parallelen, je nachdem, wie wir es jetzt noch ein bisschen ziehen. Also ganz perfekt kriege ich es jetzt auch nicht in dem Video. Aber wir sehen auf jeden Fall Parallelen. Wie gesagt, wir hatten den Abverkauf, dann den Pump, bis in Konsolidierungsphase der nächste Pump. Jetzt wären wir theoretisch in der nächsten Konsolidierungsphase nach diesem Fractal erst einmal. So, jetzt passt ein bisschen Konsolidierung noch in diesem Bereich, wäre auf jeden Fall möglich. Und dann der Pump. Und dieser Pump würde dann wiederum auch mit unserem Bereich hier oben bei den 27.000, 28.000 US-Dollar zusammenpassen. Ist nur ein Fractal. Wir können es weiterhin in den Auge behalten. Ich werde es auf jeden Fall mal hier unten drunter lassen. Einfach damit wir es uns die nächsten Tage nochmal ein bisschen angucken können, ob das dann auch wirklich zustande kommt. Aber es ist eine bullische Möglichkeit, die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Dafür darf aber auch, wie gesagt, unser Trend nicht brechen. Momentan wirklich alles noch im Soll. Wir halten den gelben Trend. Wir könnten heute Dienstag und Mittwoch auf jeden Fall ein Reversal sehen. Das uns zumindest in dem Bereich 22.500 bzw. 23.100 US-Dollar bringt. So, dann zu Ethereum. Ethereum haben wir gestern ja drüber gesprochen, dass es wünschenswert wäre bzw. die Möglichkeit bestünde, dass wir unseren gelben Trend auf jeden Fall nochmal durchbrechen. Das haben wir gestern eingezeichnet bis ins Golden Pocket. Wir sind jetzt genau am Golden Pocket bzw. minimal drüber. Haben den Trend gebrochen. Jetzt wird es natürlich wichtig. Was der erste wichtige Punkt war auf jeden Fall, wir haben diesen Trend mit sehr, sehr wenig Volumen durchbrochen. Das war das, was ich gestern angesprochen habe. Eine Möglichkeit wäre, ein Fake-Out nach unten hinzukriegen mit wenig Volumen. Deswegen haben wir das auch so eingezeichnet ins Golden Pocket. Und dann die Möglichkeit, einfach hier wieder reinzukommen, den Trend zu bestätigen und dann dieses Breakout hinzulegen. Momentan ist diese Möglichkeit auf jeden Fall noch in Play. Ich würde sie nicht abschreiben und die Möglichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir jetzt wirklich am Montag dieses Reversal kriegen. Gleiches Spiel wie bei Bitcoin haben wir auch hier. Einen deutlichen Abtrend im RSI, der jetzt erstmal gebrochen werden muss. Genauso wie im Chart wir auch diesen Downtrend dann erstmal brechen müssen. Aber die Möglichkeit bestünde, dass wir heute diesen Downtrend durchbrechen bzw. auch im RSI den Downtrend durchbrechen und dann dieses Reversal nach oben hinkriegen und dann die Chancen auch wiederum steigen. Zumindest in den Bereich der 1.270 US-Dollar hier wieder zu steigen. Long-Position wäre hier auf jeden Fall in dem Bereich noch möglich. Dann muss der Stop-Loss aber auf jeden Fall bei 1.040 US-Dollar sein. Schauen wir uns mal ganz kurz so vom Risk-Management an, was das bedeuten würde. Wir wären hier bei 4,5% ist absolut im Rahmen mit einem Dreierhebel hier eine mögliche kleine Long-Position einzulegen. Stop-Loss wie gesagt hier unter diesen letzten Tiefs 1.037, 1.040 US-Dollar. Je nachdem welchen Chart ihr benutzt, gibt es ja immer minimale Abweichungen. So, dann wurde sich gestern Rune gewünscht. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Schauen wir uns auch mal hier an. 4-Stunden-Chart, wir hatten hier ein höheres Hoch gebildet. RSI, dafür aber ein tieferes Tief, heißt wir hatten hier auf jeden Fall eine schöne Bearish Divergence. Was auch hier noch auffällig war, krasses, krasses Kaufvolumen. Dieses wurde dann wiederum hier mit diesem Wig abgefischt, heißt Shorts wurden hier dann eröffnet von den großen Fischen, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen. Momentan befinden wir uns jetzt hier in dieser kleinen 4-Stunden-Demand-Zone, beziehungsweise in zwei kleineren 4-Stunden-Demand-Zone. Wir haben da drunter nochmal direkt noch eine. Da wird es jetzt interessant, auch hier RSI im knapp überverkauften Bereich jetzt angekommen. Wir haben hier eine größere Volumen-Candle hier mit diesem kleinen Wig bekommen. Spricht eher dafür, dass wir uns vielleicht nochmal so minimal hier runterbegeben in dem Bereich von 1,97 Dollar. Und dann auch hier ein mögliches Reversal zumindest mal in dem Bereich der 2,15 Dollar schaffen. Wenn wir die Zone durchbrechen, kann es auch schnell Richtung 2,30 Dollar gehen. Das ist erstmal kurz und knapp bei RUNE. Mehr gibt es hier momentan nicht zu sagen. Aber auch hier zeichnen wir einfach mal den Trend ein. Und man sieht, passt auch hier wieder perfekt. Plus, wir können auch dann hier wieder ein bisschen diesen Bereich einzeichnen, wo wir ja gestern schon darüber gesprochen haben. Und schon haben wir auch wieder ein Ascending Triangle, heißt wieder ein bullisches Chart-Pattern. Es ist nicht das Muster mit der einen Linie. Ihr wisst, ich zeichne da gerne Boxen ein. Darüber haben wir gestern schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Hier sind zwei, vier Stunden Supply-Zone oder auch größere Timeframes dann. Die müssen wir durchbrechen. Aber es spricht halt vieles dafür, okay, wir kriegen dann hier unser Reversal vielleicht rein mit einem möglichen Retest. Wir müssen hier keinen Retest reinkriegen. Und das ist auch immer das Fatale, wenn man sich hier nur eine Linie zieht und sagt, okay, hier ist das hoch. So, dann legen die Leute ganz normal ihren Stop-Loss auf dieses letzte hoch, weil Retest, da geht ja jeder Long. Und dann gehen wir einfach weiter runter, weil die Box einfach nochmal ein bisschen größer ist. Man hat mehr Puffer und so, um auch nochmal eine mögliche Long-Position zu eröffnen. Aber ansonsten, RUNE, auch hier mögliches Ascending Triangle. So, dann XRP, auch hier Trendbruch, wo wir gestern darüber gesprochen haben, dass die Möglichkeit besteht, dass wir auch hier den Trend brechen, weil wir schon relativ nah am Trend waren. Also es kann natürlich auch sein, wenn so wie bei Bitcoin jetzt im Endeffekt, wird ein bisschen tiefer fallen, auch gerade so knapp vor dem Trend. Die Altcoins natürlich schon an diesem Trend waren, ist es absolut verständlich, dass wir hier ein bisschen weiter drunter gehen. Aber auch hier alles noch meines Erachtens absolut im Rahmen. Wir ziehen mal hier kurz das FIP-Level hoch, so, das hasse ich manchmal so. 0,786er noch nicht angegriffen, heißt aber, wir haben auf jeden Fall noch Luft, dass wir nochmal in dieses 0,786er kommen. Wäre vielleicht sogar wünschenswert und dann einen Trend nach oben hin schaffen. Hier haben wir zum Beispiel kein Ascending Triangle vorliegen, sieht man zumindest auch ganz deutlich. Wir haben hier nur einen maximalen Berührungspunkt hier oben. Ist für mich kein wirkliches Anzeichen für ein Ascending Triangle. So, schauen wir uns die anderen Altcoins an. Matic, gestern drüber gesprochen, hier warte ich immer noch, also ich bin hier nicht in einen Trade reingegangen. Hier warte ich weiterhin auf diesen Retest, möglicherweise auch in das Golden Pocket mit einem Fake Out. Matic hält sich aber, wie gesagt, sehr, sehr stark in diesem Bereich, was mich ehrlich gesagt wundert. Also wir sehen hier auch diesen Pump gestern, hat sich auch jetzt relativ schnell von den Abverkäufen bei Bitcoin wiederum erholt. Also hier müssen wir mal gucken, ob wir wirklich die Chance kriegen dafür. Und B&B auch mögliches Ascending Triangle. Auch hier gleiches Spiel, kurzer Fake Out nach unten momentan. Die Möglichkeit bestünde noch, dass wir hier auf jeden Fall reinkommen. Die 4 Stunden Demandzone ist noch intakt, die muss ich nur richtig einzeichnen. So, ist noch intakt, wurde perfekt getroffen. Auch hier kurze Überprüfung mit dem Fibonacci Retracement Level. Wir sind noch nicht ganz ans Golden Pocket bekommen. Das heißt, wir haben auch hier noch ein bisschen Luft nach unten mit Long Position weiterhin vorsichtig sein. Aber das Ascending Triangle ist weiterhin in Play. Okay, müssen wir jetzt mal gucken. Wenig Abverkaufsvolumen, Downtrend im RSI. Also das ist eigentlich so eine Wunschvorstellung, die wir haben könnten. Wir haben jetzt genügend Luft, um wirklich einen Breakout auch bei B&B hinzulegen jetzt in den nächsten Tagen. Müssen wir jetzt mal gucken. Auf jeden Fall im Auge behalten. Ansonsten kommen wir jetzt kurz zu den News. Schauen wir uns das mal an. Crypto Jobs, Guide für deine Karriere in der Krypto-Industrie. Es gibt viele Jobs draußen, Kryptomäßig, viele Exchanges suchen. Auch Leute, auch für Werbemaßnahmen etc. Ist vielleicht ein ganz guter Guide, sage ich mal, um euch da ein bisschen drauf vorzubereiten. Was gibt es überhaupt für Jobs und so? Ist es überhaupt was für euch? Lest euch das gerne durch. Es ist ein interessanter Artikel. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppe posten. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns auf jeden Fall dann morgen Nachmittag, ich glaube Nachmittag wieder, zu einem Update-Video. Bis dahin, glotz nicht zu viel auf die Charts. Lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal. Bis dahin, ciao, ciao. Stay Crypto. Bis dahin, glotz nicht zu viel auf die Charts.